Guten Abend. Sanitäre Einrichtungen, Straßen, Gesetze. Das römische Imperium hat unsere Zivilisation geprägt mit Feldzügen, aber vor allem mit viel Kultur. Dazu begrüße ich jetzt Jeff Klotz. Ich bin noch richtig deiser. Herr Klotz, wie viel Rom steckt in uns? Nun, es steht viel römische Kultur noch in unserem Alltag. Also wenn wir unsere Sprache nehmen, Corpus Juris Civilis, unsere Gesetzgebung, vielleicht auch ein Stück weit unsere Infrastruktur, auf die wir heute noch zurückgreifen, zumindest in ihren Grundansätzen, wo sind topografische Straßenzüge und dergleichen. Also man trifft auf sehr, sehr viel Vorprägung. Das Deutlichste vielleicht sind die Städtenamen. Sehr viele Stadtnamen und Ortsnamen in Deutschland gehen auf römische, also in Westdeutschland und Süddeutschland, gehen auf römische Ursprünge zurück. Und unsere Sprache ja doch auch. Ja, sicher, ein Drittel ungefähr unserer Worte sind ja direkt aus dem Lateinischen oder über den französischen Umweg oder so aus dem Lateinischen entlehnt. Wobei man da sagen muss, dass es da jetzt nicht eine direkte Kontinuität bis in die römische Vergangenheit gibt, sondern das hat sich dann halt im Laufe der letzten Jahrhunderte durch Prägung aus der romanischen Sprachen oder des Lateinischen als Bildungssprache in unsere Sprache übertragen. Aber es gibt alles in allem unfassbar viel Antike im speziellen römische Kultur noch in unserem Alltag. Was hat man denn so im Raum Finsttal gefunden, auch an materiellen Relikten aus der Zeit, an Denkmälern, an Häusern, Fragmenten, Artefakten? Also da gibt es, ich denke, drei Hauptfundgruppen, die man benennen kann. Es gibt zum einen die römischen Gutshöfe, wie der Rustike, die wir in Durlach haben, in Krötzingen, in Berghausen sogar, in Söllingen gleich zwei, in Kleinsteinbach, in Wilferding, Nöttingen, überall finden wir die Reste römischer Gutshöfe. Da gibt es also gleich eine ganz mehrere Dutzende in dem Gebiet. Das zweite sind dann die größeren römischen Siedlungen im Bereich von Wilferdingen, wo heute die Volksbank, VR-Bank, Enzplus, da ihr Zentrum hat. Da befand sich eine größere römische Siedlung, ein sogenannter Vikus. Das sind dann dorfähnliche Siedlungen mit ganz vielen hölzernen Streifenhäusern. Und das dritte, was man auch findet, sind Streufunde, die man schwer zuordnen kann, wo man einfach so einen einzelnen, singulären Fund hat, der aber vielleicht ganz interessant ist. Da gibt es doch auch einige, gerade auch rund um Durlach zum Beispiel. Weiß man denn, wie dicht besiedelt die Gegend hier damals war, in der Zeit, als die Römer hier waren und sich durchmischt haben? Weiß man das? Ja, ich denke, der Blick auf unsere Landschaft, der ist in der Zwischenzeit durch den Forschungsstand sehr gut. Ich schätze, wir haben nur einen kleinen Teil ausgegraben, aber es ergibt sich dadurch ein Siedlungsnetz, das doch einen sehr, sehr guten Eindruck ermöglicht. Also Gutshöfe gab es alle 2,5 Kilometer. Und dann können wir sagen, dass in einem Gutshof zwischen vielleicht 20 und 50 Personen lebten, die diesen Hof bewirtschafteten. Und dann dazwischen, immer so im durchschnittlichen Abstand von 10 Kilometern gibt es ein Vikus, also eine größere Streifenhaus-Straßensiedlung, die vielleicht 200 bis 800 Einwohner, so irgendwas in der Größenordnung hatte. Also es lässt sich schon ein recht für damalige Verhältnisse dichtes Siedlungsbild zeichnen. Besteht die Möglichkeit, dass wenn ich hier unter dem Keller des Hauses tiefer grabe, dass ich dann auf ein Stück Rom treffe, auf eine Scherbe, ein Grab oder dergleichen, war es so dicht besiedelt, dass diese Möglichkeit besteht? Oder ist das eher unwahrscheinlich? Das ist durchaus möglich. Also es hängt natürlich davon ab, wo man jetzt exakt gerade ist. Also ist man unten in den Tal senken des Finsttals oder in den Hängen. Selbst an den Hängen kann es sein, weil durch die landwirtschaftliche Umfügung und den Abtransport von Erdmaterial findet man heute häufig römische Scherben. Weit draußen auf Äckern, wo gar kein römisches Gebäude war, weil wir halt sehr viel Erdumwälzung und Erdbewegung haben. Aber römische Reste findet man fast überall. Ich meine, bei den Erweiterungen der Baugebiete, zum Beispiel in Söllingen, sowohl nach Süden wie nach Norden, sind römische Gutshöfe entdeckt worden. Bei den Ausbauten der großen Wohngebiete in Wilferdingen oder auch in Singen sind große römische Funde zutage getreten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man auch verstößt, ist da. Wobei in der Zwischenzeit, muss man ja sagen, ist schon vieles da. Und das meiste wurde gefunden, als man in den 50er, 60er, 70er und vielleicht gerade noch den 80er Jahren die großen Wohngebiete erschlossen hat. Aber im Zuge dessen haben natürlich die weißen Leute, was sie gefunden haben, schnell verschwinden lassen. Also insofern ist da vieles ja nicht dokumentiert. Haben Sie denn selbst auch an Ausgrabungen teilgenommen? Ja, also im Rahmen des Studiums vor allem. Ich bin eher theoretischer Archäologe. Auch hier in der Gegend? Das stimmt vielleicht im Studium, aber später ist der Archäologe als Fachmann der Auswertende der Funde selber. Also dass man Keramik, auch wenn sie 800, 900 oder 2000 Jahre alt ist, auf 20 Jahre genau datieren kann. Das ist am Ende die Disziplin des Archäologen. Aber die eigentlichen Sondagen vorzunehmen, dafür gibt es einen extra Ausbildungsberuf. Das sind Grabungstechniker. Also so als Laie stellt man sich ja Archäologen oft als ältere Männer mit Schaufel vor oder wenn man ganz kühn ist, als Indiana Jones. Inwieweit stimmt dieses Bild oder inwieweit ist es einfach nur ein Mythos, ein populärer? Ja, das ist ein populärer Mythos sicher. Es gibt auch alte Archäologen. Also die nettesten, die ich kennengelernt habe, waren alte Herren. Also die gibt es ja auch. Aber es ist sicher nicht das Berufsbild. Sie müssen, der Archäologe, der lernt Altsprachen. Der Archäologe, so kenne ich das auch vom Studium, der schaut sich jetzt zum Beispiel hier Gutshöfe im Kontext an und überlegt, wie ist die Siedlungssoziologie? Können wir herausfinden, dass ein römischer Gutshof, der in Söllingen gefunden wurde, eine andere Raumstruktur hat als einer in Grötzingen? Hat der eine andere Raumstruktur als einer bei Pforzheim? Und können wir davon ausgehend vielleicht Rückschlüsse ziehen über das soziale Gefüge der Gesellschaft? Wer wo wohnte? Gab es Abstände zu den Städten oder so? Das sind Fragen, mit denen sich Archäologen beschäftigen. Auch die Frage, wie hochwertig sind die Alltagsgegenstände, die wir finden? Wo stammen die her? Wie weitreichend sind die Verbindungen? Können wir bei der Analyse der Knochen, vielleicht auch die Herkunft der Menschen, durch Isotopenanalyse oder Knochenmarkuntersuchung, kann man das ja herausfinden? Wie sind Migrationsbewegungen in der Zeit? Also das sind Fragen, mit denen sich dann die Archäologen beschäftigen, die auch bei der Grabung dabei sind. Aber diese Idee, das sei so abenteuerlich, also es gibt ja Abenteuergrabungen, aber vielleicht als letzter Satz, im Studium entscheidet sich recht früh bei den jungen Studenten, in welche Richtung sie gehen. Und da gibt es einen ganz großen Teil der Studierenden, die in der Zwischenzeit sagen, sie möchten wirklich die aktiven Ausgräber sein. Die landen später oft beruflich auch bei Grabungsfirmen. Ist ja fast alles privatisiert, leider, sage ich Ihnen, das finde ich nicht furchtbar, aber ist halt die Bewegung. Und landen dann bei Privatwirtschaft die Unternehmen, die dann im Auftrag des Staates ausgraben irgendwo. Und dann gibt es nur einen ganz kleinen Teil, der wirklich sagt, er will Analyst eigentlich sein, also am Ende die Forschungsarbeit machen. Und da kann ich Ihnen sagen, ich komme aus diesem theoretisch analysierenden archäologischen Bereich. Das ist nicht immer für die Außenwelt spannend, aber für den, der drin sitzt, ist das sehr spannend. Jetzt sind Sie ja nicht nur Analytiker oder Theorist, sondern Sie tun ja auch was dafür, dass das, was Sie dabei herausfinden, publik wird, dass es gezeigt wird. Und da muss man natürlich zwangsläufig über das Römermuseum hier in der Nachbarschaft in Remchingen sprechen, das Sie ja damals initiiert haben. Wie ist es denn dazu gekommen? Es gab eine Ausgrabung in Remchingen, an der auch einige sehr, sehr aktive Ehrenamtliche beteiligt waren, die heute zum Teil auch sehr, sehr aktiv noch in diesem Museum sind. Und ich dachte, diese Grabung muss erhalten bleiben. Und es war in der Gemeinde nicht ganz klar, was man jetzt mit dem Gefundenen macht. Da war die Überlegung, man baut ein Gebäude so irgendwie und schützt das, aber es gab kein Konzept. Da habe ich ein museales Konzept entwickelt, wie man so ein Museum ehrenamtlich führen kann, wie man dem Ganzen eine Form gibt. Und ich hatte das Glück, dass alle politischen Parteien und alle politischen Mandatsträger und Verantwortlichen, dass sie das gut fanden. Und dann wurde mir das zugetragen. Jetzt bin ich ehrenamtlich im 14. Jahr verantwortlich fürs Haus. Muss man dafür naiv sein oder ein Draufgänger sein, um so ein Projekt zu initiieren? Oh, ich glaube weder noch. Also ich bin weder naiv noch Draufgänger, aber man kann ja einfach Dinge versuchen und wenn sie nicht funktionieren, funktioniert was anderes. Und für mich war das klar, hier bin ich jetzt gefordert, da kenne ich mich aus. Ich hatte schon einige Jahre Erfahrung im Museumsbereich, im Basischen Landesmuseum und woanders und habe meine Ideen einfach vorgestellt. Und wenn die Ideen funktionieren, dann macht man weiter. Wenn nicht, hätte ich was anderes gemacht. Aber Draufgänger bin ich sicher nicht. Was haben Sie oder wo haben Sie offene Türen gefunden und wo gab es Widerstände? Ich habe ganz viele offene Türen gefunden bei den Menschen hier vor Ort, die das alles möglich gemacht haben. Und bei vor allem vielen älteren Frauenmännern, die in ihrem Rentenalter als Akademiker und Wissenschaftler gesehen haben, da kamen noch richtig viel Energie freisetzen, haben sich eingebracht, haben mich ernst genommen. Ich muss überlegen, ich war 17 damals und die haben mich auf Augenhöhe behandelt und da habe ich viel zu verdanken. Wo es schwieriger war, war zunächst in der Fachwelt. Da gilt dann so ein bisschen der Dünkel natürlich des Akademischen in Deutschland. Und das hat sich gelegt. In der Zwischenzeit gibt es sie nicht mehr, ja. Was hat Sie persönlich angetrieben, das zu tun? Ja, für mich stellt sich die Frage, was kann ich tun? Das ist ja, wenn sich eine Gelegenheit bietet, bei der ich meine, da ist Gelegenheit und Talent bei mir gegeben, dann ist es eine Verpflichtung, was zu tun. Das klingt jetzt pathetisch, aber ich meine, so bin ich erzogen. Wenn es eine Chance gibt, dann muss man nicht überlegen, wer könnte das tun, man sollte was machen, sondern dann sage ich ja, auch manchmal vielleicht zu oft, aber man muss dann einfach seine Gaben einbringen, wo halt jeder so seine Gaben hat. Und für mich war das ganz klar, hier an der Stelle bin ich gefragt, hier entsteht was für die Menschen vor Ort, eine Bildungsmöglichkeit. Und Bildung voranzutreiben ist mein Lebensinhalt. Und insofern war für mich klar, die Chance, die ergreife ich jetzt und versuche es einfach mal. Wie sehr sind Sie denn speziell von der römischen Kultur, von der römischen Geschichte fasziniert? Von der römischen Geschichte bin ich schon sehr fasziniert, weil das die römische Geschichte einen Staat und auch eine Denkart und Struktur hervorgebracht hat, die alle Nachfolgestaaten prägt. Ich meine, das römische Reich löst sich ja da nicht richtig auf, sondern lebt im Osten weiter. Hier gibt es dann Nachfolgereiche. Daraus entsteht das Karolinger Reich. Die übernehmen Verwaltungsstrukturen, Gesetzgebungsverfahren und so weiter aus dem römischen. Und aus dem Karolinger Reich entstehen Frankreich und Deutschland in der Übertragung später. Das heißt, wir stehen ja auch in einer kulturgeschichtlichen direkten Nachfolge. Nicht umsonst hieß es lange Heiliges Römisches Reich. Und es ist natürlich alles konstruiert, das weiß ich selber, aber da gibt es unheimliche Kontinuitäten, über die wir uns gar nicht bewusst sind. Und so vieles auch an unserem, vor allem Gedankenkanon, wie wir denken und auch Staatswesen strukturieren, Gesellschaft strukturieren, ist römischen Ursprungs. In römischer Zeit haben sich hier Stämme organisiert, die ganz anders funktioniert haben, schon in der Denkweise. Und heute sind wir staatlich organisiert in einer Weise, die urrömisch ist. Und mich fasziniert das. Also unser ganzes Zusammenleben ist ohne das römische Reich so gar nicht denkbar. Hat das auch, also Ihr Engagement und die Faszination, die das auf Sie ausübt, hat das auch was mit Ihren familiären Wurzeln zu tun? Ja, ganz bestimmt. Ich hatte sehr, sehr, ich hatte eine wunderbare Kindheit und Jugend, in der ich sehr mit Wissen in Verbindung gebracht wurde, viele Tagesausflüge, Reisen. Es ging immer um die Frage, was sieht man da, wie sind Zusammenhänge, wie immer das Glück. Mein Vater war immer darauf bedacht, mir Zusammenhänge zu erklären, meine Mutter immer eher so ein Gesamtverständnis für die Menschen zu entwickeln und so. Also ich wurde da schon sehr drauf getrimmt, dass man sich beschäftigt mit der Umwelt und alles versteht und so. Bildung und Wissen war in meiner Kindheit und Jugend ein ganz zentraler Punkt, ja. Um was geht es Ihnen letztlich dabei? Also wenn man davon abseht, dass das alles sehr faszinierend oder interessant ist, dass man sehr viel lernt, dass man auch viel Bildung damit weitergeben kann. Gibt es etwas, was so tiefer liegend vorhanden ist, um was es Ihnen dabei geht? Ja, sicher. Also es geht ja darum, dass eine Gesellschaft eine Art von Bewusstwerdung durchläuft. Und das funktioniert nicht nur in den hohen Universitäten, ganz im Gegenteil, sondern das funktioniert in den vielen kleinen Gemeinden, in denen wir leben. Und Bildung ist entscheidend. Und zwar nicht nur Bildung irgendwie, dass man Wissen hat, sondern dass man Dinge einordnen kann, sich selbst einordnen kann zur Umwelt. Und da sind so kleine Bildungseinrichtungen wie ein Museum oder auch sonst die Bildungsarbeit, die ich mache, ganz entscheidend, denke ich, im Kleinen hier vor Ort. Und das funktioniert ja an so vielen tausend Stellen in Deutschland mit Menschen, die das so ähnlich machen, wie ich das jetzt hier mache. Und das ist ein entscheidender Teil, wie unser Staatswesen aufgebaut ist. Dass Menschen eine Bewusstwerdung durchlaufen, indem man auch sieht, wie ist Kultur entstanden, dadurch Dinge etwas distanzierter, vielleicht auch etwas nüchterner, etwas wissenschaftlicher auch betrachten kann. Und man dann vielleicht auch eher in unserem demokratischen Sinne auch eine Gesellschaft funktionieren kann, und man sie versteht. Und insofern ist es für mich auch eine Art Gesellschaftsdienst, also dass man damit die Grundpfeiler der Gesellschaft pflegt. Und das ist Bildung mit Wertevermittlung. Wenn wir mal einen kühnen Gedankensprung machen, unternehmen. Wir kennen alle den American Way of Life, der prägt uns ja heutzutage sehr stark. Es gab auch den Roman Way of Life sozusagen, wenn man die beiden vergleicht. Das ist schwierig, aber fragen Sie es mal. Wie würden Sie sagen, ist der Unterschied zwischen dem American Way of Life und dem Roman Way of Life? Der ist ganz anders, weil zunächst mal von der Grundstruktur ist, der American Way of Life bedeutet, dass ein gewisser Teil europäischer Gesellschaften und außereuropäischer Gesellschaften in die USA ausgewandert sind. und dort anfangen, sich in einer eigenen Gesellschaftsstruktur zu entwickeln, die vor allem nach Leistung funktioniert. Und wenn man gewisse Dinge leistet und dann vielleicht auch noch Glück hat, dann kann man was erreichen. Das römische System funktioniert ganz anders. Das römische System kommt einfach über eine bestehende Gruppe und sagt, wir bieten Sicherheit und Infrastruktur und Wohlstand, den es vorher nicht gegeben hat. Und den könnt ihr annehmen oder nicht. Wenn ihr ihn annehmt, wunderbar. Und wenn ihr ihn nicht annehmt, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für die Menschen. Und dann läuft ein ganz allmählicher Akkulturationsprozess durch, der so langsam ist wie unsere gesellschaftliche Veränderung auch, dass die Menschen mit jedem Jahrzehnt römischer werden, weil man mehr römisch braucht, mehr römisch denkt und so. Ist aber von der Grundstruktur eine ganz andere. Das römische Reich ist auf Sicherheit angelegt und darauf schlichtweg durch Stabilität Dinge zu ermöglichen. American Way of Life ist natürlich ein ganz anderer Gedanke, der von vornherein auch impliziert, dass es in einem Wirtschaftssystem Gewinner gibt und sehr viele Verlierer. Und dass die American Way of Life sich ausschließlich die Gewinner ansieht und das dann als Bild postuliert und nicht anguckt, dass auf der anderen Seite dafür 90 Prozent verloren haben. Und im römischen Reich gibt es auch Verlierer. Da dürfen Sie mich nicht falsch verstehen, aber es ist ein ganz anderes Konstrukt. Kann man etwas über das Lebensgefühl dieser Zeit sagen? Also wie haben sich die Menschen in ihrem Leben gefühlt? Also ich bin jemand, ich suche da immer danach. Ich habe es Ihnen im Vorgespräch schon gesagt. Ich suche eigentlich immer, wenn ich irgendeine alte Ruine sehe, versuche ich mir immer vorzustellen, wie haben die Menschen dort gelebt? Was war für sie Glück? Wie viel Einfluss hatten sie auf ihr Glück? Wie viel Freiheit hatten sie? Wie viel Unfreiheit hatten sie? Kann man das beschreiben oder kann man das als Archäologe analysieren und mit einer gewissen Sicherheit? Ganz schwierig, weil atmosphärische Fragen ja hochgradig subjektiv sind. Also wenn Sie jetzt sagen, das ist jetzt Ihr Lebensbild oder das Ihr Lebensgefühl, das Sie haben, gehe ich davon aus, dass Ihr Nachbar ein anderes Lebensgefühl hat. Und so wird es im Römischen auch sein. Ich kann höchstens versuchen, die alltäglichen Lebensumstände nachzuvollziehen. Natürlich schwer, mich reinzuversetzen. Erlauben Sie mir zwei, drei Beispiele. Entweder sind Sie ein Kelte, der hier seit Generationen lebt. Es kommt das Römische Reich und Sie werden im Laufe von Generationen zu einem Römer. Da haben Sie ein anderes Verständnis von Ihrem Leben. Jetzt haben Sie plötzlich die Möglichkeit, vielleicht in einem Gutshof zu arbeiten. Es gibt Infrastruktur, die es vorher nicht gab. Es gibt aber auch vieles, was verloren geht. Denken Sie an Menschen, die sich heute wundern, weil Sie etwas älter sind und feststellen, die Musikkultur ist zusammengebrochen, die Briefkultur ist zusammengebrochen, das Pferd vor 60, 70 Jahren im Ortsbild noch normal. Das sehen Sie heute nur noch als Tier, Tier irgendwo am Rande der Ortschaften. Die Gesellschaft hat sich verändert. Da ist man eher nostalgisch und vielleicht sogar in einer Distanz zur Veränderung. Da gibt es aber auch Zugezogene, die kommen hierher als Verwaltungsbeamte und sagen, wunderbar, es ist wie ein Eldorado, hier können die sich austoben. Das heißt, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen parallel, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich glaube, nur eins muss man sehen, wir werden hier in den 80er, 90er Jahren nach Christus römisch unser Gebiet und wir bleiben hier römisch für, ja, für die Zeit bis 260 nach Christus. Also wir reden über 180 Jahre plus minus, in der wir römisch sind. Das ist nicht lange, knapp 200 Jahre weniger als zwischen Napoleon und uns heute, muss man sich vorstellen. Und in diesen 180 Jahren entsteht so viel an Hinterlassenschaft. Heute sind fast 70 Prozent aller Ausgrabungen, die wir hier in der Region tätigen, solche, wo wir auf römische Reste stoßen. Alle Epochen davor und alle Epochen danach bilden die restlichen 30 Prozent zusammen. Das heißt, in römischer Zeit war hier ein Aufschwung, was natürlich an Wirtschaftsstrukturen liegt. Da können Sie sich vorstellen, dass das römische Reich so erfolgreich war, lag an einer Prosperität, die die Stabilität mit sich brachte. Und wenn Sie jetzt aufs Lebensgefühl hin mich befragt haben, würde ich sagen, ich denke, das Hauptlebensgefühl war Umwälzung. Denn im römischen Reich ist alles so schnell passiert und hat sich so schnell verändert. Und jahrhundertelange Kleinstrukturen wurden schnell aufgelöst und neu sortiert, sodass also die Menschen gar nicht sehen konnten, was um sie rum in schneller Zeit sich voll vollzogen hat. Und ich denke, das war für viele Millionen Menschen im römischen Reich eine Wurzellosigkeit. Und die römische Kultur hat insofern funktioniert, weil das römische Staatswesen das ganze Konstrukt des römischen Kassiers darauf angelegt war, dem Menschen in ihrer Wurzellosigkeit eine neue Identität zu geben. Und das ist der Glaube an den römischen Staat und sozusagen alles, was damit religiös, ideologisch zusammenhängt. Und das war ein Erfolgsmodell. Solange es wirtschaftlich vorwärts geht, wenn es dann wirtschaftlich nicht mehr vorwärts geht, kippt das. Und da gibt es wieder die Nähe zu USA, dass die Amerikaner ausstrahlen, solange sie wirtschaftlich realisierten und wuchsen, wie das Ganze seinen gewissen Zenit, einen ersten erreicht hat, dann röckelt sozusagen der Glanz, der das Ganze zusammenzog. Und dadurch laufen wir jetzt einen ähnlichen Prozess. So müssen Sie sich vielleicht das Lebensgefühl der Menschen vorstellen. Aber ich denke, es war sehr verschieden. Ja. Welche Rolle haben denn die Kriege gespielt und welche Rolle hat die Kultur gespielt, um dieses römische Imperium zu festigen, zu sichern und diesen Wandel durchzuführen? Nun, die Kriege spielten eine verhältnismäßig geringe Rolle. Also wir betrachten heute sehr viel das Militär, aber Sie müssen sehen, das gesamte römische Reich von England bis Ägypten hatte 30 Legionen a 5.000 Mann, das sind 150.000 Soldaten, die von Schottland bis nach Ägypten verteilt werden. Also nichts. Die werden nur als Sondereinheiten eingesetzt, wenn es Probleme gibt. Und hier so eine Grenze wie bei uns, der Limes oder der Wüsten Limes in Syrien und sowas, das sind alles Grenzen, die haben sehr viel mehr ideologischen Charakter, weil wir wissen ja aus der deutschen Geschichte, dass Grenzen immer viel mehr nach innen strahlen als nach außen. Wenn ich Grenzen baue, zeige ich damit mehr nach innen als nach außen und festige eher meinen Laden, als dass ich nach außen Schutz habe. Mauer ist kein Schutz für eine Armee oder gegen eine Armee. Insofern würde ich sagen, spielt das Militär eine recht geringe Rolle. Man muss das römische Reich soziologisch und kulturell verstehen, denn es ist ein absoluter Kultur- und Wirtschaftsdruck. Das römische Reich ist eine Wirtschaftsmacht, gegen die niemand bestehen kann. Eine Militärmacht ist es in der Folge auch, aber das allein hält kein Reich Jahrhunderte zusammen. Wenn Sie nur auf Militär fußen, dann können Sie ein, zwei Generationen stehen, dann bricht es wieder nicht zusammen. Das römische Reich hat über tausend Jahre im Westen existiert. Das machen Sie nicht mit Militär. Entschuldigung. Kann man sich das in einer Analogie zu heute, die sicher schwierig ist, aber als eine Multikulti-Gesellschaft vorstellen, also die sich durchmischt hat, wo Menschen ganz verschiedener Kulturen, ja schon so ein bisschen auch wie den USA in so einem Melting Pot zu einem römischen Reich zusammengeführt worden sind? Ja, es gibt Parallelitäten sicherlich, aber Sie werden im römischen Reich die gleichen Prozesse finden wie jetzt, dass es nämlich eigentlich keine Multikulti-Gesellschaft gab, sondern so wie heute nur ein Nebeneinander verschiedener Subgesellschaften innerhalb der Gesellschaft. Denn wenn Sie sich jetzt die Städte ansehen in Deutschland, die sind zwar bunt, aber trotzdem wohnen die verschiedenen Klientel in ihren Stadtteilen und haben eigentlich, ehrlich gesagt, wenig miteinander zu tun. Und diese Subgruppierungen, dieses wenig Kontakt haben, vermeintlich von außen betrachtet sehr bunt, aber wenn Sie reingehen, sind die Substrukturen sehr homogen. Diese Struktur finden Sie auch im römischen Reich ganz sicher. Ganz starke Zesselierung im Kleinen, wenn man im Detail hinschaut, so wie im Prinzip auch heute die Stadtlandschaften, wenn Sie sich eine Stadt wie Karlsruhe ansehen, da können Sie genau sagen, was in welchem Stadtteil wie sich abspielt und wer wo wohnt. Und genauso war das in römischer Zeit auch. Sie haben es angesprochen, die Zeit der Römer hier in unserer Region bis 260, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Christus. Ja, was kam dann? Also wir kennen alle die Völkerwanderung, wir wissen etwas vom Niedergang des römischen Reiches. Was kam dann? Das wissen wir doch recht gut, was dann geschah. Also die Quellen sind zwar nicht so reichhaltig wie in der Zeit davor und dann auch wieder im Mittelalter, aber man kann es doch sehr gut in der Zwischenzeit nachvollziehen, dank auch guter Forschungen Heidelbergs oder aus Heidelberg. Sie müssen sich das so vorstellen, das römische Reich gibt im dritten Jahrhundert regelrecht Regionen auf und unser heutiges Baden-Württemberg wurde eigentlich mehr oder minder staatlich geräumt, anders können Sie es gar nicht sagen. Und jetzt stellen Sie sich vor, die Infrastruktur des Staates hört auf zu arbeiten, also würden heute Landratsämter sagen von heute auf morgen, wir sind jetzt weg, dann bricht nach kurzer Zeit ein Staatswesen in sich zusammen. Und was jetzt geschah war, dass die hier lebende Bevölkerung, die römisch gewordenen Kelten, die hier bei uns im Finsttal, aber auch in ganz Baden-Württemberg ihr Zuhause hatten, die siedelten größtenteils weg, weil jetzt entsteht eine ganz dünne Besiedlung, die Bevölkerung verschwindet für kurze Zeit regelrecht. Ein paar wenige gibt es immer, nicht missverstehen, so ein paar bleiben zurück, aber der größte Teil siedelt um. Im Elsass und in Rheinland-Pfalz auf der anderen Seite des Rheins verdoppeln und verdreifachen sich die Bevölkerungsgruppen, also die Siedlungen. Das heißt, da siedeln die Menschen hin, in die Gebiete, die römisch bleiben und wo es weiterhin eine Infrastruktur gibt. Das Römische Reich hat hier kein Interesse mehr am Halt der Region. Der Rhein wird jetzt wieder zur Grenze, das ist auch einfacher zu strukturieren. Und was ist die Folge? Hier bei uns im Finsttal und in Baden-Württemberg entsteht ein Vakuum. Hier ist wenig los und jetzt drücken ganz allmählich über die Jahrzehnte Gruppen hier zu uns hinein und diese Gruppen, das sind verschiedene germanisch-sprachige Gruppen aus dem heutigen Nord- und Nordost-Deutschland, die über mehrere Generationen in den Süden gedrückt wurden, gewandert sind, die hier im Südwesten sich in so einem Becken, wie Baden-Württemberg Jan Becken ist zwischen der Schweiz und dem Elsass-Vogesen, sich da sozusagen reindrücken als Alemänner, Alemannen, hat nichts mit den Alemannen in Freiburg zu tun, sondern nicht die Alemannen, sondern die Alemannen. Das sind die gesamten Menschen, die hier in dieser Zeit lebten. Und jetzt wird Baden-Württemberg, muss man sagen, im dritten, vierten und fünften Jahrhundert eigentlich komplett neu aufgesiedelt durch germanischsprachige Bevölkerungsgruppen, die hier einwandern. Das ist recht gut erforscht. Und die alten römischen Siedlungen verfallen, die Alemannen haben eine andere Siedlungsweise, die gehen nicht in die römischen, in manchen Stellen schon, aber bauen eher daneben neue Siedlungen auf. Die kommen an, gehen in den Gutshof, wohnen dort vielleicht kurz und bauen daneben dann mit ihrer bekannten Holzbauweise ihr neues Dorf. Und so entsteht hier eine ganz neue Struktur. Das Römische bricht ab, die romanischen Sprachen brechen ab. Und im Prinzip entsteht damit ja auch die Sprachverschiebung sozusagen auch germanischer beziehungsweise nach germanischer Sprachstufen bis zur deutschen Sprache bis weit in die Schweiz und ins Elsass hinein. Das ist in dieser, passiert in der Völkerwanderungszeit. Bedeutet aber kurzum, dass es zu einem kompletten Abbruch der römischen Siedlungsgeschichte gibt. Nur an wenigen Stellen muss es noch eine Kontinuität gegeben haben, die man in den Ortsnamen ableiten kann. Dass Pforzheim, Portus eine gewisse Ähnlichkeit hat, heißt, da waren noch ein paar Menschen, die das irgendwie weitergegeben haben oder man bekam das mit. Aber kurzum, es gab einen Bruch, es fing komplett neu an im frühen Mittelalter. Jetzt hat ja das Römische Reich auch das Christentum hervorgebracht. Und wie hat denn das Christentum das in Mittel- und Zentraleuropa, wie ist das denn mit dem römischen Erbe umgegangen? Hat es das aufgegriffen? Hat es sich dagegen gewehrt? Ich meine, die Philosophie, die Kultur war ja sehr stark römisch und griechisch geprägt. Wie hat die Kirche das bewältigt und trotzdem ihren eigenen Stempel drauf gesetzt? Da müsste ich jetzt eine Stunde darüber berichten, wie das passiert. In aller Kürze kann ich sagen, das Christentum erlebt seine größte Veränderung im frühen Christentum, im vierten Jahrhundert, zwischen Konstantin und Theodosius. wird das Christentum plötzlich zur quasi legitimen und später sogar zur Staatsreligion. Und in dieser Zeit wird ganz viel Antikes in das Christentum übertragen oder das Christentum überlagert das Antike. Und dadurch konserviert sich sehr vieles im Christentum, bis hin dazu, dass heute noch die Versammlung in Rom der großen Kardinäle beziehungsweise Leitung der Kirche als Kuria, das ist die Senatsversammlung Roms, bezeichnet wird. Ganz viele Strukturen sind in der Kirche erhalten geblieben, auch das lateinische Erbe der Sprache ist über die katholische Kirche erhalten geblieben. Aber vielleicht ein Satz vorweg oder noch zurück, das kirchliche Erbe, das christliche und das römische hat jetzt für die Geschichte Baden-Württembergs insofern wenig bewandt, weil als Baden-Württemberg nicht mehr römisch war, hat sich erst sehr viel später, also danach, das Christentum hier nördlich der Alpen ausgebreitet. Unsere Region hier, Baden-Württemberg, wurde erst im 7. 6. vielleicht schon ein bisschen, aber vor allem im 7. und dann spätestens im 8. Jahrhundert über drei, vier Generationen christianisiert. Da gab es dann gar keine echten Bezüge mehr zum römischen. Aber in Italien und im Süden wurde sehr viel konserviert. Und heute ist, glaube ich, auch das große Verständnis des Katholischen, viel Altes, Antikes noch zu konservieren aus der alten Zeit. Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, und da gäbe es, Sie hätten sicher noch sehr viel mehr dazu zu sagen, müssen wir von einem römischen Erbe sprechen, oder ist das ein römisches Fundament unserer Kultur? Ist das sozusagen ein Teil unserer Kultur, oder ist es die Basis unserer Kultur? Sowohl als auch, würde ich doch sagen. Ich würde es nicht gegeneinander stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es als Basis oder so, aber es gibt ja, es gibt ja nun mal Kulturtraditionen, sowas wie auch vielleicht ein kollektives Gedächtnis, das Dinge subtil weiterträgt, die man jetzt nicht quasi verschriftlicht hat. Und das sind Grundvorstellungen, wie Gesellschaften sich organisieren und sowas. Und das setzt sich von Generation zu Generation fort. Das ist ein antikes Erbe, das wir in Europa sicherlich haben. Das glaube ich schon. Aber da müsste man eher sagen, da sind ganz viele Sachen dabei, die der Renaissance und dann später Barock und Aufklärung im 19. Jahrhundert massiv wieder aus der Mottenkiste geholt wurden, die jetzt und bilden uns jetzt ein, da gibt es eine Kontinuität, aber das antike Erbe ist ja nur so immer wieder reingeschwappt in unser Selbstverständnis. Insofern ist es schwer zu sagen, ob es ein direktes Erbe ist. Aber ich denke, Europa ist ohne die Antike nicht zu verstehen und unser Alltag ist ohne die Antike nicht zu verstehen. Ja, wir könnten da noch lange drüber reden. eine Frage zum Schluss. Wie oft sind Sie in Rom und würden Sie bei Ihrem Wissen und bei Ihren Interessen nicht gerne in Rom leben wollen, statt hier in der Gegend? Ich bin mindestens einmal im Jahr in Rom, eher zweimal. Meist einmal privat und einmal dienstlich in irgendeiner Form. Und ich liebe Rom, weil es eine großartige Stadt ist, man gut essen gehen kann. Eins meiner größten Hobbys ist das Essen gehen und ich mag Italien sehr und auch die Musik in Rom großartig. Aber nirgendwo ist es schöner als in Baden-Württemberg. Also ich bin, egal wie schön Rom ist oder auch Jerusalem oder was weiß ich, aber in 100 Jahren verlasse ich dieses Bundesland nicht. Dauerhaft. Ich bin hier sehr glücklich. Wien ist auch schön. Ich hatte mal überlegt, ob das nicht was wäre. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin hier so verwurzelt und so zu Hause und ich bin auch immer wieder froh zurückzukommen. Ich kann ja immer weg und hier ist auch vieles großartig. Wir vergessen, wie schön auch hier unsere Möglichkeiten und unsere Landschaft und alles ist. Also da zieht mich jetzt nicht dauerhaft mein Leben, da zieht es mich nicht dauerhaft hin. Also Sie bleiben uns hier erhalten und genießen hier das römische Erbe. Vielen Dank. Klar. Vielen Dank für diese interessante Geschichtsstunde. Die könnten wir sicher noch längere Zeit fortsetzen. Man kann ja durchaus auch das Römermuseum in Remchingen besuchen. Es lohnt sich. Man kann Sie auch im Schloss Bauschlott besuchen. Dort haben Sie Ihren Verlag. Das heißt, dann können Sie vielleicht auch mit Herrn Klotz, wenn er Zeit hat, das Gespräch fortsetzen und die Fragen stellen, die wir heute nicht beantworten konnten. Ja, herzlichen Dank. Nächste Woche gibt es auch ein interessantes Thema. Wir alle kennen die großen Windräder, die man überall in Pfinsttal sieht, beziehungsweise das große Windrad am Hummelberg. Nächste Woche spreche ich mit Dr. Peter Fischer vom Fraunhofer-Institut ICE. Was machen die da eigentlich auf dem Hummelberg? Was treiben die da an Zukunftsforschung? Und wenn Sie mögen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie dazukämen und wenn Sie diese Reihe weiter verfolgen und wenn Sie Anregungen oder Vorschläge haben, bitte schreiben Sie mir. Ich greife das gerne auf und wir können dadurch im Gespräch bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank.